In diesem Video sehen wir uns eine sehr nützliche Funktion in Microsoft Excel an. Man könnte auch dazu sagen, es sind die ersten Schritte der KI-Technologie, welche damals vielleicht noch nicht so im Fokus gestanden sind. Wir sprechen von der Blitzvorschau in Excel und mit dieser lassen sich Daten automatisch anhand eines Musters automatisiert erstellen bzw. ausfüllen. Damit das funktioniert, muss sich auch die auszufüllenden Spalten direkt neben den vorliegenden Datenspalten befinden. Wir sehen uns das konkret an einem Beispiel näher an. Und zwar habe ich hier eine Liste von Vornamen und Nachnamen. In Summe sind es ca. 10 Namen. Und ich möchte die Kommentation aus beiden Namen in der Spalte E einfügen bzw. ausfüllen. Dazu schreibe ich hier in die Spalte Name und schreibe hier Lukas Schmidt und habe nun die Möglichkeit in Excel diese automatisch anhand von den eingegebenen Muster mir das ausfüllen zu lassen. Wichtig dabei ist, es dürfen keine leeren Spalten dazwischen vorhanden sein. Wie kann ich das nun durchführen? Und zwar belasse ich sozusagen den Cursor auf dieser selektierten Zelle und wechsle in den Bereich Daten und dort gibt es nochmals die Rubrik Daten Tools. Und hier kann man bereits erkennen, und zwar die Blitzvorschau. Man kann das auch mit STRG und E ausführen. Ich mache es durch einen Klick und wie man erkennt, füllt nun Microsoft Excel anhand des eingegebenen Wertes in der Zelle E4 diese automatisch für die restlichen Zellen aus. Wie eingangs erwähnt, erinnert es etwas an einer KI-Technologie, welche zwar nicht hochintelligent ist, aber sehr effektiv. Und es gibt zahlreiche Beispiele, wie man nun diese Funktion einsetzen kann. Dazu kann vermutlich jeder aus seinem Alltagsberuf berichten. Wo das vielleicht nützlich wäre, schreibt das mir einfach in die Kommentarzeile hinein. Würde ich mich sehr interessieren. Es gibt auch noch eine zweite Funktion, die ich gesehen habe. Und zwar könnte man auch E-Mail-Adressen auf diese Art und Weise generieren lassen. Beispielsweise Lukas-Schmidt-Ad und vielleicht gmail.com oder auch gmx.at bestätigen wir ein Enter. Und kann nun mit der Blitzvorschau das ausführen und erhalte entsprechend auch wieder als Ergebnis dasselbe Muster. Wie gesagt, es gibt noch etwas zu beachten. Das ist bei der Blitzvorschau folgendermaßen. Und zwar die eingetragenen Werte können nicht automatisch geändert werden. Das bedeutet, wenn ich hier das ändere, dann wird in Microsoft Excel das nicht automatisch weiter durchgeführt. Falls du Fragen zu dieser Funktion hast oder Ideen, schreib mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.